Hi, ich bin der Tim, das ist der Basti und wir sind von der Band Wir sind Wald und wir machen Deutsch-Pop-Volk aus Deutschland Für uns ist es halt eine wunderschöne Sache, selbst bestimmen zu können, was wir tun und etwas aufzuziehen und wachsen zu sehen, was wir machen wollen und nicht, was irgendwer anderes sagt, was wir machen sollen oder was wir hören sollen Es ist einfach Musik machen, Musik schaffen, das ist halt einfach das, was Bock macht und wo man einfach mega viel machen kann Und das, was in uns steckt, raus auf die Bühnen bringen und damit Leute berühren Hat sich letztendlich doch zu Hause angespült Oh, es geht im Rucksack zu packen mit All die schönen Sachen, die das Leben lebenswert machen Es geht im Rucksack zu packen und die Schule zu schnüllen Denn im Leben zählt nichts mehr als zu lachen Ich war halt irgendwie, ich war irgendwann mal bei ihm, hab die Gitarre gesehen und dachte, ah ja, damit reißt du bestimmt Frauen auf und so ein Scheiß Er so, nein, ich spiel die wirklich Und irgendwie sind wir drauf gekommen, ey, ich spiel auch Gitarre Lass uns nochmal gucken, was da passiert Und er hatte halt schon irgendwie zwei Songs für sich so im Hinterkämmerchen gehabt Und dann haben wir einfach gejanned und es hat sofort gepasst Und es hat halt musikalisch perfekt gepasst Weil er ist halt der Songwriter, er gibt die Struktur vor Und ich kann mich so in die kleinen Details setzen Und für mich so gucken, wie ich mich so reinsetzen kann Und es hat einfach von vornherein perfekt gepasst Immer, 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 immer Untertitelung des ZDF für funk, 2017